Unser lustiges Picknick in Heroldsberg. Zeke, wink mal! Super! Milo hat jetzt die Chips-Tüte zum Platzen gebracht. Und Zeke findet das sehr lustig. Emi bedient sich gerade selbst. Und Tilda läuft einfach nur unkontrolliert durch die Gegend. Tilda, guck mal! Ja, supi! Klasse! Jo, das war's fürs Erste von uns. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!